Von Philips Hue gibt es seit Neuestem auch Sicherheitskameras und aktuell drei verschiedene Modelle und ich habe die kabelgebundene Version mit Standfuß. Obwohl ich am Anfang skeptisch war, hat mich die Kamera doch positiv überrascht und würde sie am liebsten auch weiterhin verwenden, was ich aber nicht tun werde. Als erstes muss ich sagen, dass sich die Kamera sehr hochwertig anfühlt. Auch der Standfuß ist richtig massiv und schwer, finde ich sehr gut und mit IP65 eignet sie sich nicht nur für innen, sondern auch für draußen. Bei der Kamera ist diese Halterung dabei, die magnetisch hält und damit könnt ihr dann auch die Höhe so anpassen, wie ihr die Kamera benötigt. Dann hat sie eine Auflösung von 1080p, was meiner Meinung nach auch ausreicht und hat ein Sichtfeld von 110 Grad. Einen LED-Scheinwerfer für die Nachtsicht in Farbe hat die Kamera nicht verbaut, sondern nur Infrarot. Aber wenn man draußen eine Philips Hue Birne bzw. Lampe hat, kann die Kamera, wenn sie eine Bewegung erkennt, automatisch das Licht einschalten, was das Ganze für viele sehr einfach und unkompliziert macht. Dann hat sie eine 80 Dezibel-laute Sirene, man kann sie als Gegensprechanlage nutzen und was mir ebenfalls sehr gut gefällt, sie funktioniert im WLAN mit 2,4 und 5 GHz. Dann eine weitere tolle Sache ist die Reaktionszeit bei der Kamera, denn die reagiert sehr schnell und hat keine Verzögerung beim Livebild oder bei der Aufnahme. Da gibt es andere Kameras, die erst nach ein paar Sekunden die Aufnahme starten. In der App gibt es dann ein weiteres tolles Feature. Wenn man die Kamera zum Beispiel wie hier jetzt in Abwesenheit aktiviert hat, kann man eine Aktion ausführen, die dann einen Alarm auslöst und man hört die Sirene der Kamera. Zusätzlich blinken die Philips Hue Birnen rot, was ich richtig gut finde. Dann gibt es aktuell noch eine Sache, die nicht so gut funktioniert und zwar geht der Alarm nicht automatisch an bei Erkennung einer Bewegung. Jetzt ganz kurz zwischendurch, denn hier haben wir jetzt das perfekte Beispiel, denn hier sieht man jetzt schön, wie die Kamera das Video aufgenommen hat, zuvor die Bewegung überhaupt stattgefunden hat. Sondern den muss man selbst in der App aktivieren. Was den Nachteil hat, dass wenn man unterwegs ist und die Push-Nachricht bekommt und nicht gleich reagiert, weil man zum Beispiel am Autofahren ist, gibt es auch keinen Alarm. Hier würde ich mir noch wünschen, dass man das per Software-Update nachreicht und dass man in der App dann auswählen kann, welche Einstellung man bevorzugt. Eine weitere tolle Funktion ist in der App, dass man einen Bereich unerkenntlich machen kann und dazu hat man hier extrem viele Bewegungsmöglichkeiten, was ich toll finde. Und das Bild würde dann so aussehen. Dann kommen wir zu zwei Funktionen, die für mich der Grund sind, dass ich die Kamera trotz der coolen Funktionen nicht mehr verwende. Das wäre einmal das Speichern, denn es wird alles über die Cloud gespeichert und ich würde es gerne intern speichern, wie auf einer SD-Karte oder über eine Art Homebase wie bei Eufy. Und dann das absolute No-Go, dass man ein Abo abschließen muss, was für eine Kamera 40 Euro, für zwei Kameras 80 Euro oder für alle Kameras 100 Euro im Jahr kostet. Denn nur mit einem Abo habt ihr einen Videoverlauf von 30 oder 60 Tagen sowie eine durchgängige Videoaufnahme bei Bewegungen. Dann hat die Kamera weitere tolle Funktionen, die aber auch nur mit einem Abo funktionieren. Und das wäre einmal Aktivitätsbereiche, was definitiv kostenlos sein sollte. Und man kann auswählen, was erkannt werden soll, Personen, Fahrzeuge, Tiere, andere Bewegungen und es gibt sogar Pakete, was ich auch super finde, wenn es kostenlos wäre und man dafür kein Abo benötigt. Den Link, was alles gratis ist und was ihr mit einem Abo-Modell zusätzlich machen könnt, mache ich euch unten in meine Beschreibung rein. Dann gibt es eine Funktion, die mir aktuell ebenfalls fehlt und zwar kann man das Live-Bild nicht aufnehmen. Dann zeige ich euch jetzt noch die Funktion in der Philips Hue App etwas genauer. Wir haben jetzt hier oben den Bereich Sicherheit und hier haben wir einmal Zuhause und bei Abwesenheit, was wir aktivieren können und wenn wir das aktiviert haben, werden nur Aufnahmen gestartet. Dann gibt es die Ereignisleiste und wir haben die Geräte und auch hier könnten wir nochmal den Zustand auswählen. Dann haben wir hier das Bild der Kamera und das ist leider nicht aktuell, so wie es gerade ist, denn wenn ich jetzt das Live-Bild anklicke, kommt das Bild. Wenn ich wieder zurückgehe, habe ich wieder mein altes Bild. Beim Live-Bild können wir einmal den Ton ein- oder ausschalten. Wir können das Bild dann vergrößern. Wir haben jetzt hier noch einmal stehen, dass mein Abonnement noch 82 Tage dauert. Wir können jetzt hier eine Aktion ausführen. Wir haben einmal den Alarm auslösen, so wie ihr es vorher gesehen habt. Dann können wir hier auf helles Licht drücken. Das bedeutet, dass dann alle Philips Hue Birnen angehen. Und wir haben hier noch SOS. Hier oben haben wir dann die Kameraeinstellungen. Wir können einmal den Namen verändern. Wir können aktiviert zu Hause und bei Abwesenheit aktivieren oder deaktivieren. Wir haben Aktivität erkannt, was ich euch vorhin gezeigt habe. Und hier haben wir auch nochmal den Aktivitätsbereich. Da können wir jetzt einen erstellen. Auch das finde ich sehr wichtig und leider nur mit einem Abo. Wir können einstellen, dass Pakete erkannt werden. Und dafür sogar einen Bereich auswählen. Wir können die Kamera als Bewegungsmelder nutzen und somit Lampen einschalten. Wir haben Video und Audio. Hier haben wir einmal die Nachtsicht. Die habe ich jetzt aus. Wir können sie auch auf automatisch schalten. Wir können die Clipaufnahme aktivieren oder deaktivieren. Dann haben wir die Dauer von 15 bis 60 Sekunden. Wir haben den Verdunklungsbereich, den ich euch vorhin ebenfalls gezeigt habe. Und wir können das Mikrofon ein- oder ausschalten. Dann gibt es noch Erweitert. Hier haben wir einmal die Bewegungsempfindlichkeit und die WLAN-Einstellung. Es gibt den Support und die Kameradaten. Und wir haben dann noch zusätzlich hier oben. Einmal, dass wir wieder den Alarm auslösen können. Und wir haben die Sicherheitseinstellungen. Es gibt beteiligte Geräte. Wir könnten jetzt auch zum Beispiel unsere Philips Hue Sensoren hinzufügen. Benachrichtigungen ein- oder ausschalten. Wir haben Aktion ausführen. Was passieren soll, wenn wir zu Hause sind oder abwesend. Wir haben den Notfallkontakt und wir haben Notruf. Finde ich alles sehr praktisch. Dann gibt es hier die Verzögerung beim Einschalten bzw. beim Aktivieren von zu Hause oder bei abwesend. Wir haben das Abo. Und wir haben den Datenschutz. Preislich kostet die kabelgebundene Version ohne Standfuß 200 Euro. Und so wie ich sie hier habe 230 Euro. Und die akkubetriebene Version 250 Euro. Den Standfuß könnt ihr auch nachträglich kaufen. Allerdings ist dieser nur für die kabelgebundene Version. Dann kommen wir zu meinem Fazit. Und die Kameras sind nicht günstig. Und mein größter Kritikpunkt ist, dass man zusätzlich ein Abo benötigt. Für die Aktivitätszonen, wie auch für die Erkennung von Personen, Fahrzeuge, Tiere oder auch Pakete. Dass die Aufnahmen nicht intern gespeichert werden können, sondern nur per Cloud. Und dass man dafür wieder das Abo benötigt, damit man eine durchgängige Videoaufnahme hat. Wie auch die Speicherung von Videos von 30 oder 60 Tagen. Finde ich richtig mies. Eine Liveaufnahme des Bildes oder des Videos ist aktuell auch nicht möglich. Was ich wichtig finde und hoffe, dass das per Update kommt. Auch wäre es toll, wenn man die Kameras in andere Smart Home Systeme integrieren könnte. Wie zum Beispiel in HomeKit. Das alles finde ich sehr schade. Denn ich würde die Philips Hue Kamera sehr gerne nutzen. Denn sie ist sehr hochwertig. Sie gefallen mir optisch sehr gut. Ich finde es toll, dass man sie in Schwarz oder in Weiß bekommt. Die Kamera hat tolle Features, wie bei einem Alarm, dass die U-Lampen blinken. Oder dass bei einer erkannten Bewegung das Licht angeht. Das sind zwei tolle Automationen, die für viele sehr einfach umzusetzen sind. Auch, dass die Kamera bei einer Bewegung sehr schnell reagiert, ist spitze. Am Ende muss das aber jeder für sich selbst entscheiden, ob eine Kamera mit Abo oder ohne. Schreibt mir das doch gerne mal in die Kommentare, wie ihr das seht. Ob euch das egal ist oder auch ein Grund, wie bei mir, sich dagegen zu entscheiden. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Hoffe, dass ich euch mit dem Video die Philips Hue Kamera etwas genauer zeigen konnte. Abonniert auch meinen Kanal, damit ihr in Zukunft keine weiteren Videos verpasst. Und dann bis zum nächsten Video. Macht's gut.